Wenn wir über Training und Training der Muskulatur reden, dann denken wir natürlich immer an so gestellte Athleten, wie ich hier bei mir auf dem Schoß habe. Dabei geht es mir auch insbesondere, was Muskeltraining betrifft, um jene Gruppe, die bisher den Weg dorthin noch nicht gefunden haben. Nämlich überall jene Sportanfänger und Sportanfängerinnen oder gerade auch Menschen, die sich bisher gescheut haben, in Fitnessstudios zum Beispiel zu gehen, weil sie zu übergewichtig sind. Aber, dass sich das lohnt, das zeige ich euch in diesem Video, weil Muskeln sind ein Wunderwerk, gerade auch für diese Gruppe. Viele von euch wissen ja, dass mir die Muskeln sehr am Herzen liegen, weil sie sind bisher ein bisschen unterrepräsentiert, sowohl in der Wissenschaft als auch in der positiven Sichtweise. Sie haben ja kein gutes Image. Das ist schade. Und genau deswegen habe ich ja auch vor einiger Zeit einen Bestseller geschrieben, Muskeln, die Gesundmacher. Und gerade auch das Lesen, die Lektüre des Buches hat dazu geführt, dass mir viele Menschen geschrieben haben, die sagen, Frohbisse, das, was du erzählst, ist alles schön und gut. Nur, ich traue mich nicht, ich bin zu dick, zu übergewichtig, möchte nicht in ein Fitnessstudio gehen, das lohnt sich noch nicht, weil ich weiß gar nicht, ob ich einen Effekt davon habe. Ja, und all diesen sei gesagt, und ihr seid mir wirklich viel wert. Ja, fangt bitte an. Ihr seid für mich eine ganz wichtige Zielgruppe, weil ich euch mitgeben möchte, es lohnt sich. Und das möchte ich euch mal kurz beschreiben, wie das eigentlich geht und was es eigentlich bringt. Und dabei geht es insbesondere eben nicht um höher, schneller, weiter, um dickere Muskeln, um kräftigere Muskeln, um mehr Leistungsfähigkeit zu generieren. Nee, es geht mir um das Thema Gesundheit. Denn die Muskeln sind in ihrer Wirkung unerschöpflich und gerade auch eine Grundlage für all jene, die letztendlich in den Sport finden wollen. Oder die bisher größere Probleme haben, zum Beispiel aufgrund ihres Körpergewichtes, ja, Training überhaupt zu starten. Muskeln sind also das größte Stoffwechselorgan, aber wir müssen sie erstmal natürlich lernen zu aktivieren und so zu nutzen. Und genau das ist so ein bisschen auch das Motto. Wenn ich also in das Muskeltraining einsteige als untrainierte oder gar als übergewichtige Person, dann heißt es erst einmal, Trainierbarkeit zu schaffen. Und diese Trainierbarkeit beginnt immer erst einmal mit einem gewissen Ausdauertraining. Das kann am Anfang wirklich in der Form eines Radfahrttrainings stattfinden, zum Beispiel auf dem Fahrradergometer. Dort lernen die Gelenke erstmal sich zu bewegen, die Muskeln werden besser durchblutet, die Biochemie wird aktiviert. Und vor allen Dingen werden auch die Gelenke deswegen ein wenig geschont, weil das Körpergewicht, das schwere Körpergewicht, auf dem Sattel lastet. Und so kann man Herz-Kreislauf-Training betreiben, ohne große mechanische Belastung für den Körper auszuüben. Wunderbare Einstiegsform. Und wenn ich das drei, vier Wochen mal gemacht habe, entwickelt sich der Körper zunehmend und ich erkenne, okay, die Biochemie meiner Muskulatur wird besser, die Blutung wird angeregt und vor allen Dingen werde ich langsam leistungsfähiger. Das heißt, ich werde langsam trainierbarer. Und wenn ich das eine Zeit lang weitergemacht habe, vielleicht dann mal runter vom Rad, rauf aufs Laufband, rauf auf den Stepper und nutze mehr Muskelarbeit. Also mehr Muskulatur wird einbezogen. So komme ich irgendwann also in eine Ganzkörperbelastung hinein. Und diese, noch mal einige Wochen ausgeführt, bringt mich dann, letztendlich dann als Grundlage auch zum Muskeltraining über. Das Muskeltraining ist nämlich eine andere Form des Trainings. Dort trainiere ich gezielt einige Muskelgruppen. Am Anfang fange ich vielleicht mal mit den kleinen Muskelgruppen an, nehme ein paar Zusatzgewichte, vielleicht am Anfang mal handeln. Wichtig ist auch hier erstmal die Bewegungsqualität zu schulen, dann die Biochemie und vor allen Dingen später dann erst die Kraft und das Volumen aufzubauen. Heißt also immer ein bisschen mit der Gewichtsbelastung weiter nach oben. Und so entwickelt sich die Muskulatur zunehmend, niemals abrupt, direkt mit großen Gewichten, direkt mit großen Belastungen starten. Dafür ist die Struktur des Körpers in der Regel erst nach einigen Monaten richtig vorbereitet. Und diese Zeit sollten wir uns insbesondere als Anfängerinnen und Anfänger auch wirklich belassen und möglich machen, um dann wirklich den Körper auch zu entwickeln. Heißt also, dann, wenn ich die Grundlage geschaffen habe, und das kann manchmal sogar vier bis sechs Monate dauern, bis die Trainierbarkeit komplett hergestellt ist, die Ausdauerleistungsfähigkeit entwickelt, Muskeln in ihrer Biochemie entwickelt worden sind, gerade die kleineren, dann gehe ich zu den großen Muskelgruppen über. Wade, Oberschenkel, Gesäß, Bauch, Rücken, Oberarme, Schultern. Und das sind die sechs großen Muskelgruppen, die dann trainiert werden, am besten apparativ, weil es gilt Muskelvolumen aufzubauen, Muskelmasse aufzubauen, damit der Körper neben die Fettmasse eine große Komponente Muskelmasse widerstellt. Denn wir brauchen hier eine Balance. Eine Balance zwischen diesen beiden großen Körperbestandteilen. Das heißt also, Muskelmasse muss hoch. Das ist die wichtigste Botschaft für alle, gerade übergewichtigen Personen. Bitte kämpft nicht gegen das Fett, den Denkampf werden wir verlieren, sondern baut Muskelmasse auf. Und dementsprechend spart auch während des Trainings, beim Training niemals Kalorien, sondern gebt dem Körper 100 Kilokalorien immer mindestens pro Tag, pro Trainingstag mehr, damit aufgebaut und umgebaut werden kann. Also Muskeln müssen essen, damit sie aufgebaut werden. Das bedeutet für uns auf dem Teller ruhig schon mal ein wenig mehr, ein klein wenig mehr, diese 100 Kilokalorien pro Tag ist so ungefähr die grobe Größe. Achtet dann darüber hinaus auch auf gute Eiweißprodukte, die euch dann nämlich den Muskelaufbau erst ermöglichen, weil es ist der Baustoff der Muskeln. Also Muskeltraining ist immer möglich. In der Regel braucht man nur eine gewisse Form der Trainierbarkeit. Und das machen ja viele Falsch. Die steigen viel zu schnell, viel zu intensiv ein, weil man sich einfach zu viel vornimmt. Und dann tauchen Probleme an den Gelenken auf. Es schmerzt hier, es zwickt dort. Muskelkaterhammer, Muskeln sind überfordert und so weiter und so fort. Und dann stellt sich überhaupt erstens kein Spaß ein, keine Freude an der Bewegung und vor allen Dingen auch kein Effekt. Also bitte lasst euch Zeit. Und vor allen Dingen lasst der Muskulatur Zeit sich zu entwickeln. Aber dann, wenn ihr das einmal überstanden habt, die ersten vier bis sechs Monate, dann ist dem Muskelwachstum entsprechend des Muskelathleten, den ich euch gezeigt habe, steht nichts mehr im Weg. Die Frage stellt sich natürlich, wie mache ich das jetzt? Mache ich das zu Hause? Mache ich das ins Studio? Oder wo kriege ich Erfahrung? Mir wäre natürlich recht, wenn ihr eine gute Beratung bekommt. Also ihr euch irgendjemanden an die Seite holt. Und sei es erst einmal vielleicht eine Person aus eurer Familie oder aus dem Freundeskreis, der oder diejenige schon eine gewisse Grunderfahrung hat aus dem Bereich des Trainings insgesamt. Ich weiß, viele von euch trauen sich vielleicht nicht ins Fitnessstudio, was blöd ist, aber was ich verstehe. Natürlich ist das eine gewisse Scheu, dort die ganzen vielen gestellten Körper zu betrachten, aber habt da gar keine Sorge für. Denn ganz im Gegenteil, ihr werdet wahrscheinlich sogar bewundert werden, dass ihr euch traut und dass ihr so schnelle Erfolge erzielt. Aber auf der anderen Seite, ja, fangt langsam an, vielleicht sowieso über Ausdauertraining, wie vorhin beschrieben. Vielleicht macht ihr nochmal erstmal eine Spaziergang, eine tägliche Spaziergangrunde. Oder ihr fahrt viel Rad, sodass ihr ein bisschen in die Leistungsfähigkeit hineinfindet, in die Trainierbarkeit hineinfindet. Zu Hause kann man ganz viel schon auch mit dem eigenen Körpergewicht machen. Wichtig ist nur, dass die Bewegungsqualität gut ist und dafür braucht ihr eine gewisse Kompetenz. Und übrigens haben wir natürlich euch auch als Hilfestellung ein paar Anlaufstellen in die Videobeschreibung gestellt. Und so könnt ihr mal sehen, wo ihr euch hinwenden könnt und wo ihr gute Informationen bekommt. Und so könnt ihr euch hinwenden könnt.